Der VfB Stuttgart hat Jürgen Kramny zum neuen Cheftrainer befördert. Sein bis 2017 laufender Vertrag als Coach der U23 wurde an die neue Aufgabe angepasst, teilte der VfB mit. Kramny hatte Ende November nach dem Rauswurf von Alexander Zorniger zunächst als Zwischenlösung das Traineramt übernommen. Der 44-jährige konnte VfB-Sportvorstand Robin Dutt mit fünf Punkten aus vier Ligaspielen und dem überraschenden 3 zu 1 zum Jahresabschluss gegen den VfL Wolfsburg von sich überzeugen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017